In der heutigen News-Folge geht es um Andy Cowell sackt bei Ferrari ab, Doriton Capital kauft Williams, Pirelli verschiebt Reifentests, Quali-Modus erst ab Monza, alle Teams unterzeichnen Concord Agreement, vier verbillte Tests auf neuen Strecken vor einem Grand Prix, Zandvoorts neuer Rennstreckennahme. Restliche vier Rennen bestätigt. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Ferrari soll angeblich versucht haben, Mercedes' ehemaligen Motorenchef Andy Cowell zu engagieren. Das berichtet motorsport.com aus Italien. Doch der ehemalige Geschäftsführer der Mercedes-Motorenabteilung hat das Angebot wohl abgelehnt. Er hätte in Maranello die Antriebsstrangabteilung übernehmen können und es nach seinen Vorstellungen umkonstruieren können, doch aus ungenannten Gründen hat er das Angebot abgelehnt. Seit dem 1. Juli ist er nicht mehr bei Mercedes, doch er steht Mercedes bis Anfang 2021 bei einem wichtigen Zukunftsprojekt als Berater zur Verfügung. Es gibt Spekulationen, dass er zu Aston Martin wechseln könnte, dort ist auch Toto Wolff als Aktionär engagiert. Williams wurde am Freitag von der amerikanischen Investmentgesellschaft Doriton Capital übernommen. Die Verkaufssumme beträgt 152 Millionen Euro. Doriton Capital ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in New York. Williams bleibt aber in Grove und der Teamname wird auch nicht verändert. Matthew Savage, Vorsitzender von Doriton, erklärte, dass sie nicht auf schnelle Gewinne aus sind, sondern dem Team Zeit geben, um sich mittel- bis langfristig wieder an die Spitze vorzuarbeiten. Ursprünglich sollten in den freien Trainings von Silverstone und Barcelona neue Prototypreifen getestet werden, doch Pirelli verschiebt diesen Plan auf einen späteren Zeitpunkt wie etwa Mitte September. Ein Grund ist die Entwicklungszeit, ein anderer, dass die Teams nach Silverstone Rennen 1 Zeit für die weicheren Pneus für Rennen 2 bekommen. Trotz des Entwicklungsstops wird Pirelli leicht veränderte Reifen bringen, um auf die neuen Belastungen reagieren zu können. Der Reifenhersteller hat auf dem Nürburgring, Imola und Portimao keine bis geringe Erfahrung sammeln können, was laut Mauri Oizola kein Problem darstellt, weil sie in jedem Fall eine Basis hätten. Wenn sie dort Daten sammeln, ist es möglich, einen Vergleich mit den Prototypen zu ziehen. Laut Racefans.net wird der Quali-Modus nicht wie gedacht in Belgien eingeführt, sondern erst in Italien. Michael Macy hat das bestätigt. Der Grund ist, dass zwei der vier Motorenhersteller mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Diese Beschränkung wird durch eine neue technische Richtlinie durchgesetzt. Durch diese Verzögerung wird sichergestellt, dass die Teams die erforderliche Zeit haben, um Tests auf ihren Prüfständen zur Vorbereitung durchzuführen. Erst hat McLaren das Concord-Agreement unterzeichnet, dann folgten Ferrari und Williams und dann alle anderen. Damit ist die Zukunft des Sports in den kommenden fünf Jahren bis 2025 gesichert. Am 18.08. war der Stichtag für die vorzeitige Unterzeichnung der Vereinbarung, was alle Teams eingehalten haben, und die endgültige Deadline wäre erst Ende August gewesen. Die Inhalte des neuen Vertrags sind unbekannt, jedoch war das Ziel vor allem eine gerechtere Einnahmenverteilung unter den Teams. Es ist offiziell. Die Vier hat beschlossen, Tests auf neuen Rennstrecken, die in diesem Jahr ihr Comeback oder Debüt feiern, zu verbieten. Die Vier und die Teams haben durch eine elektronische Abstimmung ein Verbot dieser Rennstrecken abgegeben, entweder mit älteren Autos oder mit den aktuellen Fahrzeugen, die noch einen Drehtag haben. Die zehn Teams haben sehr wenig Daten von den Rennstrecken und jeder Test kann einen Vorteil verschaffen. Ferrari testete sein 2018er Auto im Juni in Mugello und Alfa Tauri das 2020er Auto in Emola. Mercedes, Renault, Red Bull und Alfa Tauri planten, nach dem Comeback von Portimao zu fahren, während fünf andere Teams darum gebeten hatten, Emola zu besuchen. Mercedes ist das einzige Team, das den Portimao in der Hybrid-Ära getestet hat, wo sie 2015 den W06 mit Demoreifen gefahren sind. In der letzten News-Folge hatte ich euch ja berichtet, dass Zandvoort einen neuen Namen bekommt. Seit gestern Nachmittag heißt der Dünenkurs nicht mehr Circuit Zandvoort, sondern cm.com Circuit Zandvoort. Die Rennstrecke wurde vor kurzem mit neuen Einrichtungen aufgerüstet. Dienstagnachmittag wurden die letzten vier Grand Prix für die Saison 2020 bestätigt. Die Gerüchteküche hatte es schon vorausgesagt, denn mit dem Comeback des Istanbul Park Circuits am 15.11., dem beiden Bahrain Grand Prix am 29.11. und 6.12. sowie dem Finale in Abu Dhabi am 13.12. hat der Kalender für dieses Jahr insgesamt 17 Rennen. Alle Rennen werden im gewöhnlichen Drei-Tage-Rhythmus gefahren, abgesehen von Emola. Damit ist die Mindestrennenanzahl von 15 aufgrund der Fernsehgelder gesichert. Kommen wir zu Mikes Meinung. Es überrascht mich, dass es zu einem Angebot kam, doch ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass er absagt, denn ich bin der Meinung, dass er wohl zu Aston Martin gehen könnte. Es freut mich für Williams, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen finanziell unter die Arme greift. Damit ist ihre Zukunft gesichert und es würde mich freuen, wenn sie wieder an alte Zeiten anknüpfen könnten. Meine Meinung zum Quali-Modus hat sich zum letzten News-Video nicht verändert. Schön zu hören, dass alle 10 Teams bis einschließlich 2025 in der Formel 1 bleiben. Vielleicht kommt ja 2022 noch das Panthera Team Asia noch dazu. Eine richtige Entscheidung, vorher nicht testen zu dürfen, weil dadurch niemand einen Vorteil hätte, abgesehen von AlphaTauri mit dem 2020er Auto in Emola. Ferrari hat ja ein zwei Jahre altes Auto zum Testen in Mugello genommen. Den neuen Namen von Zandvoort finde ich jetzt persönlich okay, aber ich hatte mir etwas anderes erhofft. Ich wette, keiner von euch hat damit gerechnet, dass eine Internetadresse im offiziellen Namen vorkommt. Die restlichen vier Rennen finde ich echt gut. Gerade das Comeback der Türkei finde ich spitze. Besonders der Abschnitt mit den vierfach Linkskurven. Aber auch bei reinem Auto-Circuit finde ich es sehr interessant, weil ich die Strecke gar nicht kenne. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Berisha Sokol. Er hat eine Frage zu Zandvoort. Hallo Mike, du machst sehr, sehr gute Videos, aber mal ganz ehrlich, der Zandvoort-Kurs ist leider keine Rennstrecke, oder? Ich bin hier mehrmals gefahren, die Strecke taugt nix. Danke für das Kompliment, aber warum sollte Zandvoort keine Rennstrecke sein, obwohl sie 4 Grad 1 besitzen und nächstes Jahr aller Voraussicht nach dort der Niederlande Grand Prix sein Comeback feiert? Zugegeben, das Überholen ist nicht gerade einfach, aber dennoch machbar. Die Rennstrecke finde ich persönlich echt cool und dass der ein oder andere von euch sie nicht mag, ist ja vollkommen in Ordnung, denn Geschmäcker sind ja verschieden. Wie kommst du auf den Gedanken, dass das keine Rennstrecke sei? Das ist ja genauso, als wenn ich sagen würde, die Formel 1 Boliden seien keine Autos. Schreib mir mal deine Begründung zu deinem Kommentar bitte in die Kommentare. Das soll es mit den News gewesen sein, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video, ciao.